und die andere das war irgendwie beim gefängnis habe ich so schlagen gehört bin über den hof auf die seite geschlichen aber sie ist dann hinten rum auf die andere so und dann habe ich dann kam die vorne raus hat mich auch nicht gesehen habe ich geschossen natürlich vorbei und naja dann haben wir auch kurzes battle dann habe ich ja just einen headshot verpasst der sich gewaschen hatte so schnell konnte sich auch nicht gucken das war cool das waren die der erste kiel war auch schön den habe ich kaum gesehen aller dort im dunkeln da war bei den losen station da wo draußen dieser komische generator steht in dieser kleinen holz hütte davor oder dann noch da hat er an dem gang zwischen dem generator und diesem torbogen da gesessen und kaum gesehen ich habe bloß mal kurz gewehr gesehen was so um die ecke geblitzt hat ja da kommt was an dieser idiot hat er mich doch noch erwischt dich auch ja ist das ein schwanz lutscher was spielt ihr denn hand ist das laut ein bisschen weiser machen alter diese blöden wasser teufel was für eine reichweite die haben ich stand auf der insel gerade ja und die haben mich immer noch fröhlich er vor allen dingen erst kam er zu mir dann hat er dich entdeckt nachdem er mir das feld abziehen wollte ich brauche medikit dann hat er sich sehr schön hat er sich dir zugewendet ja und dann kam noch sein partner sind beide auf mich also gibt es da nicht irgendwie grundzustand so ein reset oder in firma komplett zurücksetzen kannst ich habe alles also also ja du meinst jetzt die neue software ich denke mal die neue software die version wird daran liegen denke ich mal dass ich die vorher die alte ja genau da hatte ich ja nur ein anderes problem mit tarkov weil bei tarkov immer dass die software abgeschmiert ist das liegt daran weil der icu auch mein mainboard drin ist mit den ganzen rgb und wenn ich die löscht dann geht das dann hat er kein problem mehr hat irgendwie tarkov ein problem womit ich sehe schon immer nichts hier so da wusste ich aber vorher nicht der supporter hat mir gesagt ich soll deinstallieren und neue software so dabei habe ich anscheinend dann die neue software gekriegt so die neue software macht bei mir noch probleme naja man holt ja eine einfache tastatur so wie ich kein ärger ich muss dann den sauren apfel bei essen gut gut ja schönen abend noch so ein scheiß da wollte man so schön zocken und seine tasse macht ihm ja auch richtig vollends ist das ein offizier aber ich habe eigentlich geheim bock darunter zu gehen ich habe die falschen waffen dafür ich bin auf die andere seite zu dem an und runtergang ist auch noch runtergang abgang treppe ja treppe haben schon mal keine fallen aufgestellt ich sehe nichts anderes durch diese lichter hier bei mir auch schon dunkler gemacht aber ist bis jetzt noch nicht so super viel ich kann ja nicht dunkler machen weil ich noch scheiß facecam einer ist tot ehrlich ja der war hat gerade die laternen ausgemacht und kam immer näher zu mir der brinnt ein partner steppt da irgendwo rum der ist genau in der laterne verreckter typ achtung später ist jetzt habe ich natürlich die bude angefackelt der hat sich gerade geheilt du hast ihn anscheinend doch erwischt ich habe keine hitbox gekriegt scheiße der hat seinen partner aufgehoben die links wir kriegen besuch von außen der eine ist tot da links auf deiner seite ja fehlt nur noch der rechte typ muss gerade nachladen der ist rechts auf meiner seite nach das war der der schon mal tut hier hinten sehe ich zwei ja und der antwort habe ich glaube der ist hochgerannt der ist weg ich habe den grad nicht mehr gesehen auch wir haben jetzt zwei medikits das ist schon mal gut wenn du ihn lootest kann ich ihn dann abfackeln packen sie ab monsieur ich habe gerade eine kaufsbombe hingeworfen hier vorne ich habe gerade eine kaufsbombe hingeworfen hier vorne habe ich aufgenommen das hat er mitgenommen oder alter was ein witziger der ist schon beim ausgang achso man hört aber der ausgang der pfeift da sind noch andere ok ich guck gerade noch mal ja die typen die vorher bei uns waren die sind zu ihm gerannt naja dann rennen wir hinterher oder wollen wir zum anderen boss lass uns erstmal zu denen weil wo ist der ausgang da unten weil wir den nicht erwischen kommen die bestimmt eh wieder zu uns na gut dass sie mich nicht sehen ja oh man die sind noch so weit weg alter aber die kämpfen nicht mehr das ist gut ich muss mal ein bisschen abseits von dir oh ich sehe da einen rumstehen und einen im wasser man ich hänge fest treckswurzel nein sie haben mich beide gleichzeitig erwischt nee der hat mir einen headshot gegeben der hat einfach nur 0 2 kd und drückt mir einen headshot einer ist tot ich sehe den anderen aber nicht der eine war ja direkt beim boot der andere war rechts im wasser ich sehe den anderen Was schießt der? Ey, ich hab nur noch eine verpasst, aber... Einer ist grad extra hier... Aber seinen Partner hat er noch nicht aufgehoben, oder? Sehr schön. Jetzt zu dir, Bursche. Tja... Keiner mal hier, oder? Glaub ich. Nee. Ich guck grad, Mama. Dann kannst du dann... Ja, hast beide erledigt. Ey, was hält der aus, Alter? Der eine liegt hier. Sehr schön. Was hat er für Waffen? Winfield und die Schalke dämpften Lagern. Oh, nee. Nee. Aber kannst du die Winfield ja mal aufheben für Dings. Munition. Wo hast du den anderen gekillt? Der muss hier irgendwo hinterm... Tja, wo war ich noch einen Baum? Dachte ich. Hier aber? Nee. Wo war denn der? Ach, hier. Oh, er hat einen Karabiner. Nehm ich doch den Karabiner. Ja, nehm ich den Karabiner. Zwar wenig Munition. Hier liegt der Jäger. Weiter, oder willst du raus? Kann doch weiter. Ja, lass uns weiter. Irgendwie hat sich noch keiner um den anderen Boss gekümmert. Cule. Planchett. Da ist der Boss. Ja, aber warum wollen dann die dann... Ey, das ist doch Fischfarm da hinten, oder? Das stimmt doch, Dings. Mist, da wirst du wohl recht haben. Mann, volle Hütte gehen in den Baum gerannt. Na, da sind wieder Enten links. Nein! Oh. Ah, von Hintermanns Hilfe. Alter Schwede. Ich wollte gerade noch einen flocklichen Spruch. Oh. Zum gepanzerten Waller. Oh. Scheiße. Und die haben ne Label. Die warten jetzt schön, bis du mich aufheben willst. Label Hecken ist jetzt so, oder? Ne, nur ne Label. Ne normale. Also... Mit Beil. Wie heißt das? Klauer. Label Klauer. Ach, geht. Oh, da waren sie. So, bei 105. So in dem Gebüsch, ne? Ne, 120. Hallo. Ah, fuck. Bin nur kurz stehen geblieben, damit ich richtig aimen kann. Fuck. Mist. Die Idioten sehen ja auch deinen Schweif, aber... Na. Also ich meine, die können dich nicht in Nau orten? Ne. Ne. Sehr schön. Ha! Da liegt er am Dreck. Ui, da war der Sportfreund. Ja. Er läuft weg, ne? Ne, er sitzt. Sitzt noch. Bis auf. Ne, ich seh den einfach gar nicht mehr. Ja. Dort ist er. Er will zu seinem Kumpel wahrscheinlich rüber driften. Bisschen weiter links, würde ich sagen. Nachmachen. Scheiße, die Panzer da noch. Ja. Das hat sich ja natürlich ein bisschen in Sicht genommen. Nicht ins Licht. Ich will gerade mal hier rüber. Ich glaube. Noch ein bisschen das Gras hier so. Gib ihm! Sehr schön. Yes. Das ist mein Mann, Alter. Fünf Kills bis jetzt. Ist ein sehr schöner Rund. Sehr schöner erster Run, Alter. Ja. Sehr geil. Pass auf, ey. Diese scheiß Fackel auch. Die leuchtet hier ewig und drei Tage. Ja. Danke, danke, danke. Bitte. Na ja, dann auf zur Fischform. Ja. Oh, ich glaube das ist nur ein Solo-Spieler. Weil der rennt schon. Ach so. Der rennt schon weg. Oh. Und das andere hat noch keiner aufgenommen. Ja, das können wir uns heute nochmal umgelegt haben. Ist da vorne eine Versorgungsstation? Sehr schön. Ja. 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 Alter, jetzt krieg ich eine Haftbombe. Alter, jetzt krieg ich eine Haftbombe, ey. Ey, da müssen wir rüber, Alter. Ja. 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 Der rennt ja über die Balken, dieser Idiot. Ja. Der rennt ja über die Balken hinterher. Der rennt ja über die Balken hinterher. Ja. Der ist in der Nähe von dem Versorgungswagen. Okay. Wir müssen uns beeilen. Ja. 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 Ja, das pack ich nicht mehr. Oh, das weg. Leck mich doch, Scheiße. Na komm, lass uns raus hier. Scheiße auf das Bounty. Nö, ich geh das jetzt nach oben. Echt? Oh nö, Alter. komm die paar punkte da dann machen wir mal ran nichts mehr wir haben doch gut gekillt und gut jetzt mit rausgenommen wegen dem scheiß bauen jahre misst so ärgerlich eine sekunde zwei vielleicht ist schon nichts zu naschen doch so komische zucker gelee montag ist das sieht aus wie so zitronenscheiben halb geschnitten aus gelee mit zucker ok klingt interessant kennst du es nicht so ein bisschen auch angst gefährt ja ich glaube dann kenne ich die diese wir haben zwar sechs gekillt ach ja weil wir ein zweimal erschossen sind ja geil dann noch besser ja